Hallo, hey meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part, was haben wir da alles gemacht? Wir haben uns ein Schild und ein Schwert geliehen, also in Anführungszeichen geliehen. Und nun in diesem Part werden wir in die Schattenwelt reingehen und ja, Midna macht sich anscheinend Sorgen um uns. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Tatsache, ich möchte es wagen, denn ich bin ein Mann. Oh yeah, oh my god, aah! Nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen, oh yeah. Den Spruch habe ich von irgendeinem Let's Player mal gehört, keine Ahnung wie der hieß. Hellraising, ja keine Ahnung, habe ich vergessen. Das war auch auf seinem Titel, äh, Dings da, Titel, Dings da, genau, Titel, Dings da. Puh, mit so etwas kämpft man also in deiner Welt. Pass auf, Midna. Ob man mit sowas diese Bestie, äh, Biester wohl erledigen kann? Na, aua. Irgendwann, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Ähm. Ja. Na, war der letzte Part sozusagen umsonst, ne? Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen. Also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Deine Jungfräulichkeit? Die hast du schon lange verloren mit ne... Hm? Was? Das sage ich dir später. Es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch diese Stimme des Lichtgeistes? Der Arme so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Ja, wenn wir ihn nicht... Na, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht so träge. Wir wollen diesen Geist schließlich finden. Wald von Firone. Firone. Gut, äh, wir machen uns jetzt mit, mit, na, äh, im Gepäck auf dem Weg zum Lichtgeist. Aber nein, äh, jetzt müssen diese hässigen Monster kommen, ne? Hab ich ja schon im... Äh, ich hab's schon im letzten Part gesagt, dass sie... Dass das so aussieht, als ob die gerade aus... Irgendwas so rausgedrückt worden sind, ne? So... Pfff. Pfff. Schellt euch mal vor, diese Dinger... Das wär scheiße, ne? Also von so nem... Von so ner höheren Existenz. So scheiße von ner höheren Existenz. Oh mein Gott, was geht in meinem Kopf vor? Verdammt, sie haben uns eingekreist. Aber... Die sollen uns bloß nicht unterschätzen. Im Grunde sind das kleine Fische, mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Das schaffst du sich alleine. Los, mach sie fertig. Also, viel Spaß, man sieht sie. Äh, Midna, hallo. Willst du mich trollen, Midna? Willst du mich trollen? Ja, das Dumme ist, wir können jetzt noch nicht diese eine Special-Meshul-Attacke mit Midna einsetzen. Denn, ähm... Ja, die bekommen wir erst später. Also, jetzt gleich, ey. Ja. Also, wenn... Wir müssen halt alle drei mehr oder weniger gemeinsam. Also, es darf, äh... Nicht einer, äh, zurückbleiben. Weil sonst, äh, ja... Helft der Typ dann seinen Freunden. Und die sind ja voll dicke alle miteinander, ne? Und, äh, ja. Meine Erklärung war der letzte Mist. So, B gedrückt halten, hast du gesagt, ne? Hier, B gedrückt halten. Ne, warte mal, wo ist B? Ah, hier. Ne, das Dumme ist, wir müssen die... Also, erst mal einen und dann zwei von denen. Ja, erst mal einen und dann zwei von denen, genau. Erst mal den hier. Ja, oder alle drei gemeinsam. Das geht natürlich auch, klar. So, tschüss, Freunde. Äh, wir sehen uns irgendwann mal wieder, ne? Ganz klar. Ich werde euch nicht vergessen. Es bleibt für immer in meinem Herzen. Okay, hier. Das ist der See, zu dem wir hin müssen, ne? Genau. Da ist ein Licht. Ansehen. Sei vorsichtig. Der Wald hat sich verändert. Er wurde zum Schattenreich von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu geistern. Wesen der Finsternis und Dämonen beherrschen jetzt das Land. Ich bin ein Lichtgeist. Du wildest hier mit klarem Blick. Suche mein Licht. Fülle das Strahlen, das die Finsternis mir raubte in diesem Tiegel. Das sieht ohne Witz so ein bisschen wie so, 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 ähm... Ja, wie heißt das nochmal? Traubendingste aus, ne? So, Trauben... Pack. Traubenpack. Okay, ganz ruhig. Die Dunkelheit wird vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Okay, ähm... Das war so eine Sache, die mich früher wirklich derbste abgefuckt hat. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichtes. Okay, also, wir müssen den Strahlentau jetzt mit bestimmten Lichtern füllen. Und, äh, diese Lichter bekommen wir halt von, ja, diesen Dingern hier. Ja, genau, von diesen Käfern. Und, ähm... Ja, ganz ehrlich, das hat mich früher so derbste genervt, diese ganze Scheiße hier zu suchen. War richtig unnormal. So, zwei haben wir schon. Und ich bezweifle, dass das hier, äh, in diesem Part noch klappt alles. Bezweifle nicht ganz stark. Ganz, ganz stark. Und der Typ, ein Arschloch. Arschloch! Kommt her, kommt her. Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Okay, die wollen nicht Arschloch. So, was, ähm... Hier sind noch zwei, ähm... Obsala und dann... Ich glaube hier oben, ne? Hallo. Hoch. So. Ah, anscheinend... Ach, scheiße. Die Dinger sind im Haus. Okay, ähm... Dann einmal springen und dann rein mit uns. So. Schauen wir mal da unten, ne? Wo seid ihr? Nee, das ist der Typ, der hat nur Schiss. Was sind das nur für Fächer? Etwas habe ich ja noch nie gesehen. Ist doch nicht normal. Die sind ja riesig... Wie eklig. Wisst, kommt mir bloß nicht so nah. Haut schon ab. Okay, da sind die. Okay, okay. Alles klar. Matt ist da. Also, kein Ding. Ich habe die Dinger zerstört. Ja, ich weiß. Ich bin gut. Oh, ja. Oh, sie sind weg. Was ist hier eigentlich los? Tja. Ich bin da. Der Retter in der Not. Oh, yeah. Naja. Gut, äh, wie viele brauchen wir noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ne, warte, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf von den Dingern brauchen wir noch insgesamt. Okay. Ähm, da sind noch welche, ne? Hier irgendwo. Ah, da, genau. Ja, kommen wir da hin? Ne, warte, ich glaube, wir müssen das anders machen. Ja, oder so. Komm. Oh, ne, 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 da geht es jetzt nicht schon wieder hoch. Nein, so nicht, mein Freundchen. So nicht. So, jetzt noch eins. Ja. Krummst du, krummst du. So, das müssten jetzt alle hier in diesem Gebiet sein. Und da ich für den anderen Weg... Warte mal. Ich hab doch für den anderen Weg keinen Schlüssel. Das ist ja was Dummes. Wie komm ich da durch? Das ist die Frage. Ich hab keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Ohne Scheiß keinen Schimmer. Achso, ja. Ja, ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's wieder. Ja, ich hab's wieder. Ist gut. Ich hab's. Ich hab's. Ist in Ordnung. Meine Güte. So, äh, ja, ihr Käfer. Ihr seid jetzt dran, ne? So. So. Oder wir könnten das doch in diesem Part noch schaffen. Ja, wenn ich mich beeile, schaffen wir das in diesem Part. Das wäre richtig nice. Das wäre richtig nice. Dann kann ich gleich noch ein bisschen Ace Attorney aufnehmen. Und dann, ja, mal schauen, was dann kommt, ne? So, hier ist erstmal gar nichts. Genau, gar nichts. Das ist schlecht. Sogar sehr schlecht. Ja, da ist eine Pflanze. Brauchen wir keine Beachtung, äh, zu schenken. Und jetzt. Warte, wohin führt dieser Weg? Ja, das war das mit der Truhe damals. Okay, noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Ja. Angelehnt an Spongebob, ne? Spongebob, äh, dieses Julians Block Battle. Ah, ne. Ja, darüber könnte ich jetzt die letzten paar Minuten reden, also, ähm, ganz ehrlich, meine Meinung zu Rap ist, wem es gefällt, der kann es hören, ich höre es dann und wann auch, ne? Aber ohne Witz, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der exzessiv Rap hört und, äh, ja, also, ich bin nicht so wirklich ein Fanboy davon, sagen wir es mal so. Weil, ähm, ich mag die Musikrichtung halt einfach nicht so wirklich, ne? Und, ähm, ja, deswegen bin ich nicht so der Fan von, äh, Rap und, ja, solchen Sachen. Ich merke schon ein paar meiner Abonnenten, äh, Matt, was laberst du, du, derbo, ich schwöre, derbo. So, da können wir nicht schreien, weil, na, scheiße. Das ist kacke, ähm, können wir hier irgendwas machen? Nee. Wie weit davon da sind wir gekommen? Das ist schlecht. Ah, alles klar, alles klar, alles klashen. So, hier und dann einmal, bitte. Springen, springen, springen und nochmal springen, so. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Jetzt hier. Wobei, hier würde ich aufpassen, wegen den Fledermäusen da. Das kann zum Problem eventuell werden, ja. Okay, noch einmal. Komm. Und? So, und. Obstala. Ja, geil, läuft. Fliegt tot. Warte mal, hier müsste eigentlich so ein Ding sein, oder? Eigentlich, ja. Schauen wir mal kurz. Fliegt das Ding? Nee. Wo ist dieser Käfer? Wo ist dieser Lichtkäfer, hä? Ich weiß es nicht. So. Jetzt springen. Und dann. Wo ist dieser Licht? Wo ist dieser Schattenkäfer? Obstala, 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 obstala. So. So, da sind jetzt noch zwei von denen. Okay, äh, die müssen wir jetzt irgendwie ausgraben. Obstala, und angreifen. Let's go, let's go. Mann, das leckt aber wie Sau gerade. Ist nicht schön, nein. Vor allem nicht. Vor allem deswegen nicht, weil das ist ein neuer PC. Willst du mich trollen? Jetzt mal ohne Spaß. Willst du mich trollen? Arschloch, ey. Hier, komm. So, dann. Ähm, hier rein. Es wird spannend. Sogar sehr spannend. Oh ne, jetzt schon wieder diese Monster. Ach, du Kacke. Okay, erstmal, äh, den einen hier, den Außenseiter. Genau. Du, damit bist du gemeint. So, eins. Und dann die zwei freundlichen Herren hier. So. Und damit hätten wir das jetzt auch geschafft, ne? So macht man das genau. So richtig. Bombastisch und so. So bombastisch und so. Egal. Scheiß drauf. So, ähm. Jetzt weiter. Dum, 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 dum. Warte, wo ist ein Monster? Weil diese hässige Musik kommt nur, wenn ein Monster da ist. Okay, da sind zwei von denen. Und da ist irgendein. Ah, das ist der Affe. Hier, unser Freund, der Affe. Hier, noch einmal. Komm, komm, komm. Perfekt. Ich bin gerettet. Seitdem der Boss durchgedreht ist, tauchen hier ständig die fürchterlichsten Monster auf. Hab gesehen, dass auch Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Fall ist irgendwie seltsam. Was ist da nur passiert? Ja, was ist da nur passiert? Was ist da nur passiert? So, wo ist das andere Ding? Ist hier noch eins? Nee. Nee, diese Dinger sind... Oh, nee. Wieder zurück. Ich hab anscheinend ein paar vergessen. Ja. Das war scheiße. Ja, das war sogar sehr scheiße. Okay. Nee, da können wir noch nicht hin. Die Brücke. Ja, mit dem werden wir später was machen. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. So, gleich kann ich den Part auch beenden. Ich will aber erstmal diese ganzen Dingser-Boomster hier finden. Ich warte dann. Eins, zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben. Nein! Das wollte ich nicht. Ja, wollte ich das. Ich weiß es nicht. Ich bin auch auf dem Ort. So, jetzt hier hoch. So, einmal. So. Nochmal, nochmal. So, jetzt hier hoch und dann sind wir gleich an dem Ort, wo die ganzen hässigen Käfer sind. So. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Warte, hier müssten eigentlich diese hässigen Viecher sein, ne? Tatsache, hier sind alle drei. Perfekt. Perfekt. Wie geil ist das denn? So, damit würde ich sagen, beende ich auch den Part. Ja, der Part war diesmal etwas ruhiger als uns. Ich merke es. Und, ähm, ja. Erstmal auf zum Lichtgeist, ne? Genau. Ah, Traume! Du hast den Tegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Tut mir leid. Die Emotionen gehen mit mir gerade durch. Ne. Wir sehen uns das nächste Mal. Falls euch der Part gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Ähm, und falls ihr mal Twilight Princess gespielt habt, äh, wäre eine Frage, die mich interessieren würde, äh, habt ihr auch die ganze Zeit bei diesen, bei dieser Käfersuche früher gefailt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Also, bei mir war das wirklich Katastrophe, diese Käfer zu finden. Ich saß da ohne Scheiß Stunden dran, um diese hässigen Käfer zu finden. Oh mein Gott, das war schlimm. Aber wie schlimm das war. Naja, nun seid ihr dran. Schreibt es unten in die Kommentare, falls ihr das Spiel gespielt habt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle. Gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.